So, moin Leute, hallo, ja, heute aus meiner kleinen Höhle zu Hause, ja, ich bin einfach nicht zum Aufnehmen draußen gekommen und so langsam wird es ja Zeit, dass wir mal das Giveaway angehen, ne, also das da oben, ja, aus den drei Wochen Auslosungszeit sind jetzt glaube ich sechs Wochen geworden, ich habe es einfach nicht geschafft, aber gut, machen wir es jetzt mal so, zu Hause, ich habe mir extra hier so ein Programm installiert und ja, ihr solltet ja ein Hashtag angeben und den können wir ja jetzt mit diesem YouTube Random Comment Picker oder wie das Ding heißt, können wir uns den herausfiltern, ja, ich musste hier auch erstmal suchen, ich gucke dazu mal auf den anderen Monitor und gleich schauen wir wieder rüber, so, wenn ich das richtig verstanden habe, nimmt man einfach die URL, kopiert die hier rein, duplicate, bla bla bla, exclude, add extra, filterspecific text, äh, ah ja, filterspecific text, so, hat jemand, dann mache ich hier nur Copy-Paste, ach, guck mal, der Patrick, viel Glück, ach, Giveaway, ich bin dabei, so, soll ich da jetzt mal draufklicken, ähm, ich mache das jetzt mal, mal gucken, was passiert, sieben Leute, ja, aber ihr habt viel mehr Kommentare gegeben, habt ihr den Hashtag vergessen, ja, dann tut es mir leid, besser für die anderen, äh, beim nächsten Giveaway mache ich ein einfaches Hashtag, oder ich sage einfach jeder, der mit kommentiert, oder so, ja, äh, oder irgendwas anderes, äh, Start Raffle and Pick Random Winner, dann tue ich das mal, ähm, klick, uh, wen haben wir denn? Der Wolkenfänger Outdoor & Fitness, alter Schwede, ja, geil, dass gerade du das kriegst, ja, das freut mich, ähm, ja, kontaktiere mich einfach, äh, oder ich, ich schreibe dich an, wir sind ja connected über Facebook, ähm, ja, war klar, dass das jemanden trifft, den ich auf jeden Fall kenne, irgendwie, weil ich glaube, alle, die, die kommentiert haben, kenne ich wirklich persönlich, und da ist das natürlich super einfach, also, ich brauche nur deine Adresse, und ja, aber das mache ich, ich schreibe dich einfach an, und dann machen wir das so, ja, geil, äh, für die anderen, tut mir leid, äh, macht beim nächsten Giveaway mit, äh, es wird auf jeden Fall eins kommen, ich denke meine, man, ich habe halt niemanden als nächstes, die tausend, würde ich sagen, ja, die tausend, und, äh, ja, ich muss jetzt langsam mal losarbeiten, es ist nämlich irgendwie, äh, was nicht, später haben wir es jetzt, halb sechs morgens, mache ich jetzt extra vor der Arbeit noch, und, äh, ja, sieben Uhr wollte ich eigentlich loslegen, und vorher, ihr wisst es, brauche ich noch einen Kaffee, macht's gut, und, ach ja, nochmal ganz, ganz vielen Dank, äh, dass ihr mich hier so fleißig abonniert, obwohl ich wirklich selten Videos hochlade, ähm, ich habe mir ja schon was einfallen lassen, äh, ich will mal ein bisschen rumprobieren, wir gucken uns das mal an, äh, ich bin auf euer Feedback gespannt, ich dachte hier auch so an, so, äh, mal YouTube gucken, oder mal ein bisschen Musik gucken, und erschrocken sein, und, ach, ihr kennt dieses Ganze, oder vielleicht auch einfach mal, der Buschkraft Terraria, äh, wie, wie Desktop-Buschkraftet man richtig mit Terraria, oder sowas, hätte ich ja mal Bock drauf, ist natürlich total themenfremd, aber ihr wisst das, äh, ich mache ja alles auf meinem Kanal, zwar Mittelpunkt ist Outdoor, aber, äh, äh, ich habe mir das ja ein bisschen offen gehalten, ich mache halt das, was mir Spaß macht, also, macht's gut, ich freue mich auf euch, und vielen Dank für die Abos, haltet die Ort steif, habt einen schönen Tag, habt einen schönen Abend, eine gute Nacht, bis denn, ciao!